Und danach kannst du das tragen. Ist nicht, ja. Ich sehe es ja Gott sei Dank. So, worum geht es? Wir zeigen euch ein paar einfache Übungen, die jeder im Büro machen kann. Also auch auf Stühlen, Sie können natürlich auch zu Hause mitmachen. Und damit es ein bisschen was zu raten gibt, gebe ich euch zwei Möglichkeiten vor. Und zwar zum Beispiel eine Übung, die wir Speerwerfer nennen oder eine, die Luftschnapper heißt. Wir haben bei den Krankenkassen in Büchern recherchiert, welche Übung gibt es tatsächlich. Und dazu haben wir uns immer an Fantasienamen ausgedacht. Wenn ihr glaubt, es gibt A, Speerwerfer, dann stehen die Damen auf, weil die das Band mit A tragen. Wenn ihr glaubt, nee, ich glaube an den Luftschnapper, ihr müsst euch im Team einigen, dann steht ihr auf mit B. Ja, was würdet ihr aus dem Bauch sagen? Noch ohne Werte? Speerwerfer. Speerwerfer könnte es geben, aber in dem Fall ist es tatsächlich der Luftschnapper. Punkte kassiert ihr nur dann, wenn ihr A richtig geraten habt und B die Übung auch korrekt ausgeführt habt. Also einmal bitte alle mitmachen hier und hier im Studio natürlich auch. Das ist der Luftschnapper. Egal, wo Sie sitzen, wo Sie zuschauen, das kann man machen. Das dient. Damit ich euch im Auge behalten kann, haben wir zwei wunderbare Instruktoren. Begrüßen Sie bitte Alex und Chris. Das haben Sie alles bei mir gelernt. Willkommen. In der ersten Runde geht es um Übungen zur Kräftigung der Muskulatur. Nachher kommen noch welche zum Wahrnehmen. Achtung, hier kommt Übung Nummer 1. Welche Rückenübungen gibt es tatsächlich? A. Salto oder B. Schraube? Was glaubt ihr? Drei Sekunden habt ihr zum Einigen innerhalb der Teams. Drei, zwei, eins. Wir sind für, was sind wir? Ja, Schraube oder Salto? Schraube. Ja, ihr sagt alle Schraube und das ist richtig, weil den Salto gibt es natürlich auch, aber das ist keine Übung, die man mal im Büro so empfehlen würde. Ihr dürft euch wieder hinsetzen, denn alle Übungen kann man im Sitzen machen. Und Alex, wie sieht die Schraube aus? Die Schraube sieht folgendermaßen aus. Wir bewegen unseren Arm nach hinten oben, folgen mit dem Blick, einmal nach rechts und einmal zur anderen Seite. Mit dem anderen Arm halten wir dann das Bein fest und drehen dann ein bisschen entgegen in eine Spirale. Und das kräftigt dann die Rückenmuskulatur am Hals und an der Brustwirbelsäule. Schraube. Ein Punkt für alle Teams. Man kann es auch am Fenster machen. So, Übung Nummer zwei. Welche Rückenübungen gibt es? A, der Schulterformer oder B, der Beckenbieger. Was erscheint euch plausibler? Drei, zwei, eins. Entscheidungen. Wie könntest du dir den Beckenbieger vorstellen, Bernhard? Sie hat gesagt, ich soll aufstehen. Ich dachte, so, ne, im Becken, dass man hier ein bisschen, so, tiefere Rücken, dass man... Ja, das kann man sicher auch im Büro machen. Ja, man kann es selber machen. Auf dem Kuchen selber oder wo immer. Auf dem Kuchen sitzen. Also, fragen wir doch mal die Experten, Alex, was gibt es denn tatsächlich? Also, es gibt tatsächlich den Schulterformer und der geht folgendermaßen. Und zwar nehmen wir die Arme auf Schulterhöhe und wir haben einen rechten Winkel in einem Ellbogengelenk. Und wir bewegen dann die Arme nach hinten und wieder nach vorne. Nach hinten und nach vorne. Und das kräftet dann die Schultermuskulatur. Ah, schön, die Schulterformen. Und ich möchte einmal... Wenn man das nur dreimal am Tag macht, dann kriegt man solche Oberarme. Nur zur Motivation. Und hier kommt schon Übung Nummer 3. Welche Rückenübungen gibt es tatsächlich? Der Brustöffner A oder der Stuhlheber B? 3, 2, 1 und hinstellen. Zacki, die anderen hat es auch geschafft. Ich sage Brust-Dings. Ja, genau. Dann muss du aufstehen. Ja, Mozi muss aufstehen. So, der liefst schön, 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 schön. Und... Mozi, der Brustöffner. Ja, Brust auf. Ich glaube, ich habe... Ich bin diskutiert. Ich glaube, so viel komplizierter ist es gar nicht, oder? Alex, wie ist es? Richtig, genau so ist es. Brust auf. Ja! Stuhlheber. Wobei... Stuhlheber. Arnd? Mit Ulises, dann wäre ich auch der Brustheber. Du wärst für Brustheber? Ja. Nein, der Brustöffner. Den gibt es für Stuhlheber gibt es auch, aber in anderem Kontext. Sehr gut. Und Alex, wir wollen es bei dir sehen. Wie geht der Brustöffner? Das ist die dritte und letzte Übung in unserer Serie. Ja. Und zwar bewegen wir einmal erst die Schultern nach vorne und dehnen ein bisschen den Rücken. Und dann öffnen wir die Brust und dehnen die Brustmuskulatur. Und dann mal nach vorne und nach hinten. Richtig. Ein letztes Mal. Sehr gut. Ah, das tut doch gut, oder? Meine Rücken hat geknackt. Und ich darf verraten, alle Teams haben wunderbar mitgespielt und hätten wir seit den 80er-Jahren alle so ein paar kleine Übungen gemacht, hätte keiner von uns Rücken Probleme. Dreimal 20 Punkte, sensationell. Und wir begeben uns wieder gleich in die Realität. Ein Riesen-Dankeschön an Alex und Chris. Und wenn Sie jetzt zu Hause neugierig sind, Mensch, ich möchte die Übungen nachmachen. Auch heute, im Jahr 2014, auch ohne diese Klamotten, egal wo sie stehen, Sie können diese Übung auf quizdesmenschen.de auf unserer Internetseite finden. Es ist einfach, was für seinen Körper zu tun. Man braucht keine Anmeldung im Fitnessstudio. Man braucht keine besondere Kleidung. Überall, wo wir sitzen, können wir wieder fit werden. Und wir werden irgendwie die Eier